Willkommen zu Let's Play My Computer Monitor, nein das war ein Scherz, ähm, ich werde jetzt keine Let's Plays so aufnehmen, natürlich nicht, obwohl, naja, naja, ach, vergesse dann doch, ähm, kleiner Scherz am Rande, was soll's, ähm, und zwar habe ich ein ganz cooles Plugin für die G15 gefunden und ich wollte euch das nicht vorenthalten, so, das kleine Schmankerl fiel zwischendurch, und zwar heißt, heißt sich das, äh, N, M Monitor, oder whatever, ich werde den Link in die Beschreibung posten, wie immer, und, ja, es, das ist wirklich ganz toll, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, einigermaßen fokussierst du, nein, du fokussierst nicht, äh, fokussierst du eben nicht, äh, das hier ist der ganz normale Logitech G15 Scheiß, und dann kann man hier auch umschalten, äh, zwischen Winamp und Festplatten-Dingens, Temperaturen, Kühlsystem, Traffic, Uptime, Ausschalten, Trastatursperre, Konsole, E-Mails, Scholarpicker, Küchenuhr, Tosmin, ach, einfach eine Menge, ich hab's noch gar nicht, äh, alles ausprobiert, so viel ist das, aber das Wichtigste ist Winamp, und zwar, wenn ihr hier auf Winamp geht, Moment, wo ist Enter, hier ist Enter, seid ihr in diesem Winamp-Teil des Plugins drin, und da gibt's dann auch ein cooles Plugin für Winamp, also das ist normalerweise bei dem Plugin dabei, da ist auch eine Readme drin, also kein Problem, kein Problem für euch, das ist alles ganz einfach, und, tja, der Sinn des Ganzen ist, äh, folgender, äh, Moment, jetzt schaut mal her, Oh, das ist jetzt, äh, wierib통 So, ähm, ich hoffe, ihr habt die Musik einigermaßen gehört, also ich finde, das ist ein geniales Easter Egg, mehr oder weniger, es ist eigentlich kein Easter Egg, es ist ja so gewollt, aber ich finde das Plugin eigentlich genial, und deswegen wollte ich es euch nicht vorenthalten, also schaut jetzt in die Beschreibung, wenn ihr eine G15 habt, und, ähm, für alle Nicht-Win-App-User, es sind auch genügend andere coole Sachen dabei, also, man kann seine E-Mail-Sachen eingeben und dann seine E-Mails direkt hier lesen, oder, ähm, Temperaturen am Display überwachen, oder, ähm, da ist ein besseres TeamSpeak-Plugin drin, als das TeamSpeak-Plugin, das schon dabei ist bei ETS, und, 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 ladet euch einfach runter, wenn ihr eine habt, und dann schaut euch den Zeugs an, und, ja, meine G15 wird jetzt hier jetzt noch nächtelang rumblinken, ähm, irgendwann kriege ich wahrscheinlich einen epileptischen Anfall, aber ich finde das cool, also, ich höre jetzt die Musik nicht mehr, weil ich sie, äh, weil ich die Boxen ausgemacht hab, und, ja, wenn ihr wisst, wie das Lied heißt, äh, das ist ein cooles Lied, das würde ich auch mal posten, also, ähm, schaut mal in die Beschreibung rein, wenn's was für euch ist, bis dann, tschau'sen! Und, ja, natürlich, bis dann, tschau'sen! Vielen Dank.